In diesem Video werden die meistbesuchten Webseiten gezeigt. Mal schauen, wer auf Platz 1 ist. Hoffentlich nicht so viele Erwachsenen-Websites. Yahoo? Wer ist auf Yahoo? Niemand mehr. Kruh.com? Was ist das? Twitch.tv? Ich kenne dort einen guten Streamer, Milo Romani. Weshalb so ein beschissener Streamer? Ich sag's ehrlich. Ja, okay. Microsoft, okay. X-Hamster, okay. Ja, da fängt's schon an. Ja, ja, okay. Discord, legendär. Pinterest, bin nicht real talk mean. Da sind immer nur diese Instagram-Girls wahrscheinlich. Reddit, babamäßig. Sehr geile Webseite. Yahoo. Netflix, verstehe ich. Nice. Zoom, ja, mit Corona und so, natürlich. X-Hamster, okay, jetzt fängt's an. Amazon, WhatsApp, natürlich. Okay, jetzt kann ich diese Webseiten. Yahoo. Warum ist Yahoo hier? Instagram, verständlich, natürlich. Wikipedia auch. Twitter, Facebook, Google, YouTube natürlich. Und Google ja.